Ja Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Bad Wars mit Leptics, Phasax, also Fabi und Skye und wer ist der andere nochmal? Ah, ich bin Volker. Ja. Schön, dass du mich als erstes erwähnt hast. Ja, ich weiß, ich bin toll, ne? Ich als zweites bin ich auch mega froh. Bin gestorben. Alter, das ist so ein Castrop, ich seh's schon kommen. Ja, Fabi, jetzt guck doch nicht die Landschaft an, sondern fang an. Ja, ich dachte, der war ein Flyhacker. Ich hab erst ein Fick. Also, dann gib mir mal. Ich hab mir noch gar keine Blöcke gekauft. Ich hab mich erstmal erklärt. Ich hab noch 41. Sneak mal, Sneak mal, Sneak mal. Irgendwann werden die vergessen, dass wir hier sind. Und dann ist der Zeitpunkt von uns. Der fack mich ab, Alter. Oh, das war der falsche Dichtropfer. So, jetzt hab ich ein bisschen Blöcke, jetzt wollte ich mir auch ein bisschen Nahrung kaufen. Laptics ist übrigens unten verlinkt. Könnte ich angucken. Helft ihm zu sein, 200 Abonnenten bitte. Ja, auf jeden Fall. Dann wird auf jeden Fall ein cooles Abo-Special kommen. Alter, jetzt! Fickt euch. Ey, der hat jemand den Blockkapp gebaut. Ey, komm, lass zusammen hin. Lass zusammen durch. Okay, komm. Mach nicht hier hoch, hier hoch. Ich versuch grad in der Mitte irgendwas zu reißen, keine Ahnung. Warte mal, wir müssen anders runter, wir müssen anders runter. Hey, hey. Hast du ne Fure Gold? Ich brauch ein Gold. Ich hab nur ein Gold. Ja, reicht. Okay, geh durch, geh durch. Ich halt dich auf, ich halt dich auf. Ja, ich krieg nicht. Ja, nein, nein. Oh mein Gott, der hat ein Schwert. Er hat das beste Schwert. Ah, ich bin tot. Nein, bei uns in der Base ist noch irgendjemand. Ich weiß, wann die wer, aber okay. Oh fuck, oh fuck, er hat mich gleich. Nein. Okay, hab ihn. Ich komme, ich komme, ich komme. Alter, wie viel Damage hat der denn gemacht? Leute, ich war's hier eben zu gelb. Chill doch mal. Ja, ich war... Ja, ich war... Fahrsachs... Fahrsachs... Fabi, bleib auf jeden Fall gesneaket, dann checken die nicht lange, dass wir hier sind. Laptics, pass auf, sneak. Die checken, die wissen nicht, dass wir hier oben sind, Laptics. Doch, einer weiß es, einer weiß es. Warte, warte, bleib, 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 bleib. Ich war one hit, ich war one hit, ich bin runtergesprungen, ich war one hit. Und bin jetzt in der Katina, weil ich... Ey, die peilen nicht, dass ich... Und was wollen wir wetten, dass die nicht peilen, dass ich hier bin? Jetzt, Leute, rein! Wollen wir rein? Ja, warte, ja, warte, doch! Weil, bei Gelb ist ein Bow Spammer. Oh, rein, 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 rein! Ja! Ihr mit dem Schwert, ihr mit dem Schwert, ihr mit dem Eisenschwert fokussen. Hab ihn? Der platziert. Ich geh hoch zum Bett. Nein, ich hab ein Herz! Weil, ich habe alle einen Bow. Weil, wir haben alle einen Bowen. Ich hab Eisenschwert und, ähm, Dingens, ne? Junge! Ja! Nice! Ich töte die, ich töte die. Nein, ich hab ihn fast bekommen! Gelb hat Bogen, Gelb hat Bogen. Halb ist ja! Zurück, zurück! Zurück, zurück! Ich tank, halt! Alles klar, matt geleckt. Ach so, ich hab's nicht. Wow! Jetzt ist er wieder ein Bow Spam, jetzt ist er wieder ein Bow. Hab, 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 hab mit, hab mit, hab mit, hab mit Bogen gekillt. Ich hab die Bow Spammer. Okay, ich mach mir einen Bow. Drop den, drop den! Ja, ohne Bogen kommen wir, glaub ich, bei Gelb echt nicht weit. Rot genauso. Ihr habt, ähm, ja, das Bett habt ihr, glaub ich, schlechter eingebaut, als jeder andere Mensch hier auf der Welt gibt. Nein! Jo, ich bin tot. Fuck, und dann haben die da halt eine zweite Kiste, meine Fresse. Alter, bin ich blöd. Ich brauche Blöcke, ich brauche Blöcke, ich hab keine Blöcke. Blöcke. Ich baue das jetzt nicht ab, dafür verschwindet mein Schwert nicht. Oh, shit! Ah, bis jetzt. Es gibt halt nix, womit man sie besser abbauen kann. So, ein Game habe ich schon. Okay, einer wollte grad zu uns, ich hab ihn getötet. Ich brauche Blöcke, ich brauche Blöcke, ich brauche Blöcke, ich brauche Blöcke. Ich hab keine Blöcke. Marvin, packst du? Hm, er lebt noch. Hä, von wo wird man immer abgeschossen? Von der andere Team schießt auf uns, ich verstehe deren Logik nicht, warum die's machen. Warum schießt Team Rot auf? Ja! Nice! Weil, ich hab den Spon-Punkt komplett zugebaut. Lettix, komm, wir gehen, äh... Nice. Lettix, komm, wir gehen jetzt, äh, rot. Moment, 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 bevor der hingeht, chillt erst mal. Ja, der letzte, äh, gelbe lebt noch, ich geh den kurz töten. Leute, ich hol mir erst mal eine Ward und jetzt noch vier. Rest der Platz erst mal und... Dann ist runtergedroppt worden. Leute, ich komm wieder Base. Ich bin grad Base. Ja, ich komme gerade mit Warpowler. Ich verlasse Base. Ich geh jetzt zu Rot. Aber ich lebe nur ein Gelber. Wo ist denn der letzte Gelbe? Lettix, äh, sag mir, wenn die... Unten eine Rettungsplattform. Nein, du musst... Schnell, wir gehen doch jetzt nicht alle hinter ihnen her, Mann. Wenn einer stirbt, sterben wir nicht zwei. Okay, er schießt, er schießt, er schießt. Ich bin da! Warum muss man doch schon anziehen, wenn ich will... Oh, fuck! Hier sterben, stirbt man übel schnell. Alter! Mensch, raus da. So. Jetzt, äh, jetzt sind wir halt gesaved. Huck, komm auch. Huck, komm auch mit. Was? Hä? Kann er denn durch die Wand treffen? Geht mal weg jetzt. Geht doch mal alle weg. Fabi, hast du einen Bogen oder nicht? Das ist Schafe, 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 wir werden sterben. Genau. Ich setze Kopfweb. Feinig, feinig er sagt, dass jetzt Schafe werden sterben, der sagt... Nice. Ah, scheiße, ich werde das vorstieg. Fabi, ja, die Leute. Guck. Guck. Halt meine Fresse. Ich hab's geschafft, bis zu überleben. Ich bin down. Nein. Laptics, ich hab ne Safe Base. YOLO. YOLO-Angriff. YOLO. Wir haben einfach drei... Aber macht ihr denn jetzt schon noch... Ja, genau, Falschhaden. Willst du mich ficken? Oh, fuck, ich hab den einen gelben gesehen. Er will zu uns. Ich bin grad in der Welt, ich bin der Welt. Okay, nice. Der ist weg jetzt. Gut, jetzt können wir uns ganz zum Rot kümmern. Wenn wir taktisch spielen, haben wir die locker. Ja, taktisch, dann muss jemand mal zu meiner taktischen Basie kommen. Die viel näher, umso näher, desto besser treffen. Und ich hab nicht mehr lange Blöcke. Ich hab extra für zwei Leute gebaut. So, das Ding ist, wenn man da runter springt, mit... LOL. Im Flug hat er mich getroffen. Oh mein Gott. Ich hab den einen Stevie mit dem Bow... ähm... Gebohrspend. Wär's vielleicht schlauer, einfach mal auf ne... Wer hat da die Gravel-Cheats-Granate gespawnt? Ich steh jetzt auch schon mal hier drin. Ich geh mal zur... Ich geh mal zur grünen Base, da müsste mittlerweile richtig viel Gold sein. Ich brauch Blöcke. Ich brauch Blöcke. Hab mich. Marvin. Danke. Ey, Laptics, du kannst kommen. Ich geh mal zur grünen Base, da müsste jetzt viel Gold gespawnt sein. Laptics, wir brauchen dich. Dann warte kurz noch. Geh kurz nochmal zurück. Geht nett. Die sind schon drin. Die sind schon drin. Ja, und unser Team mit einem Eisen-Schöpfer. Geh doch mal weg. Sky, geh doch mal weg. Okay, ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich hab sie hier drin. Ich geh mal zu... Ich geh mal zu... Beschützt mich. Ich geh mal grad... Ich geh mal grad zu Gold... Äh, zu Geld. Leute, beschützt mich. Ich... Ich... Ich wohl jetzt was besser. Passt du mit mir gut? Ich bitte, Zack, oder soll ich? Ich hab ne Iron. und jama es kommt dazu gebunkert die haben sich da eingebaut das war es mit rollen ja dann will ich sagen gg und ja shopper auf jeden fall bei leptics und fax vorbei und sky macht auch sein kanal auf und ja rein bis zum nächsten mal und ciao